Ich hätte doch irgendjemanden, dem ich vertrauen könnte. Den ich auf meinen Beobachtungsposten stellen könnte. Niemanden habe ich in der ganzen Zeit geradezu am Eingang forschen sehen. Zum einen zu seinem Glück, denn ich hätte mich besinnungslos vor Sorge um den Baum gewiss in seine Kehle geworfen. UNTERTITELUNG 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 Untertitelung. BR 2018 Ich habe den Bau eingerichtet und erscheint vor Clou. Das Schönste an meinem Bau ist aber seine Stille. Freilich, sie ist trügerisch. Plötzlich kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende. Vorlaufe ich aber, ist sie noch da? Sie wissen aber schon, dass hier noch andere Leute wurden, oder? Hier ist vielleicht die einzige Stelle in meinem Bau, wo ich stundenlang vergebens horchen kann. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018